Es ist sicherlich keine angenehme Los, beziehungsweise eine Herausforderung auch in Dresden zu spielen. Wir sind auch klare Favoriten und wollen auch dieser Favoritenrolle gerecht werden. Es kommt sicherlich einer Mannschaft auf uns zu, die Ambitionen hat, wieder aufzusteigen in die 2. Liga, einen guten Kader hat, der auch sicherlich fighten wird, ob die so mutig sein werden. Im eigenen Stallion kann ich mir schon vorstellen, dass sie draufgehen und eine gewisse Mannorientierung praktizieren. Darauf sind wir auch vorbereitet, also diesen Mut und auch die Aggressivität der Dresdner. Wenn man schon mal im Dresden war, dann weiß man, von was ich spreche, es ist schon ein sehr hitziges Stadion. Deshalb sind wir vorbereitet auf einen Kampf in allererster Linie. Es liegt an uns, diesen Kampf anzunehmen, die Intensität abzurufen, die wir auch brauchen, um ein Pokalfight zu bestreiten. Nur dann können wir uns mit unserer Qualität auch durchsetzen.